Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Ramon Lüchinger, ich bin selbstständiger Immobilienvermarkter der Firma RLIMO. Im heutigen Video gehe ich näher darauf ein, auf die Notariats- und Grundbuchgebühren. Je nach Kanton fallen die Kostein unterschiedlich aus. Grundsätzlich kann die Kostenregelung vertraglich beeinflusst werden. Oft werden die entsprechenden Gebühren von der Partei, d.h. von Käufer und Verkäufer, hälftig übernommen. Wobei die kantonalen Eigenheiten zu beachten sind. Die zuständigen Notariats- und Grundbuchämter geben über die Gebühren und die Kostenufteilung Auskunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017